einen wunderschönen guten tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren folge von minecraft sky t heute ist der siebte elfte ja keine ahnung gestern fieber schnupfen husten heiserkeit sind etwa heute gar nichts mehr also in funk hat scheinbar gewirkt wir können wieder zocken anständig ohne dass ich schniefe oder sonst irgendwelche späße ich hoffe euch geht's gut mir geht es gut was haben wir heute vor gute frage nächste frage natürlich weiß ich so zirka wo wir hin müssen oder auch noch nicht und zwar hatten wir letztes mal noch steine rein ok die sind noch dran alles klar das ist gut oder auch nicht gut okay wir gucken mal ganz kurz ins quest buch und gucken da ganz kurz mal rein ok wir brauchen immer noch gold und redstone ender perlen alles klar ach die wollen das dafür ach schau meine an ok kommt da tatsächlich quatschete ok 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 verstehe ja verstehe das wasser ist aus aber verstehe warte mal das können wir doch einmal so machen dann schmeißen wir das man ganz ganz kurz dorthin und mal gucken was da rauskommt ob der baupass rauskommt ist die andere frage noch kämpfter er kämpft war das nicht war das das nicht ach der will ist sein dass ich mich jetzt vertan habe sollten wir das sollten wir das hinlegen ich glaube jetzt habe ich mich vertan das das ist ja die frage ich bin wieder durch scheinbar so wir sortieren mal ganz kurz ok wann bin ich nicht durch ne das ist ja die frage verwirrt wie immer aber planlos verwirrt so das räumen wir einmal weg dann schieben wir das alles wieder da rein so jetzt sind es sogar ein paar mehr als vorher auch gut die werden wir jetzt aber auch nicht alle benutzen sondern nur so also da wird er da draus ok warte mal ganz kurz äh 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 ok jetzt bin ich verwirrt ne ich bin noch nicht verwirrt danach kommt sand raus alles klar ups danach kommt sand raus und dann haben wir hoffentlich das okay das da einmal weg dann das noch mal rein und dann gucken wir mal ob wir jetzt das bekommen aber ich nehme an ja dann sollten wir uns nachher mal überlegen wie wir das dann später machen also das wird ja hier keine Dauerlösung hoffe ich ähm ok jetzt kommt mal das draus perfekt so den das schmeißen wir jetzt hier mal eine handvoll hin und hoffen dass wir da paar Sachen raus bekommen so ok ok das war es schon ähm ja haben wir so zwei drei Sachen raus bekommen sehr schön äh somit haben wir wieder zwei Questen einmal das einmal das ok jetzt können wir hier so ein blödes Schild bauen dass keine aber die kamen ja so dazu bis dato noch nicht also von daher haben wir ja glaube ich Glück gehabt aber ok ich würde jetzt gerne wissen wie wir den Gravel zum Beispiel klein schrubben ok also mit dem Crushing Reel aha ja oder damit aber der Crushing gibt auf jeden Fall viel viel mehr ok welche Möglichkeit haben wir noch wir fangen mal vorne an ähm ist klar Moment jetzt muss ich ganz kurz was gucken ähm hier sind ja einige Rezepte drin aber können wir auch Compressed da rein knüppeln nein können wir nicht ok gut zu wissen alles klar ok das ist äh logisch das ist logisch das hatten wir gerade das hatten wir gerade ok ok ich muss kurz rattern ähm wir kriegen hier ok es gibt zwei Möglichkeiten mhm ok mhm gefällt mir jetzt gerade nicht so aber ok ok also haben wir eigentlich nur eine adäquate Möglichkeit also einen von beiden das da oder das da ähm also das da oder das da ähm wobei hier halt die Chance wirklich super gering ist ähm ja und der ist dann halt schon der mechanische Bilder ne da brauchst du ja schon drei sechs ähm und dann 15 sind 21 achso steht ja auch da heide Güte ähm wir kriegen aber direkt zwei also wir hätten dann ähm rechts und links also die müssen ja in diesem Verbund aufgebaut werden ne das will ich nicht ähm das da wollte ich die müssen ja in diesem Verbund aufgebaut werden und dann kann man ja von oben das Zeug da reinschmeißen ähm genau ok 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 ähm naja ja 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 ok äh wie würden wir denn Dirt hergestellt bekommen oder Gravel von mir aus machen wir mal Gravel äh Gravel also Pulverizer ist klar ist logisch ähm Hammer ist logisch haben wir keine andere Möglichkeit oder was was ist denn hier ähm wait a minute ok ok ah hier Iron Autohammer kostet auch ja nicht so viel ok 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 um anständige Rohstoffe zu bekommen sollten wir das auf jeden Fall irgendwie machen ähm wir haben wir haben wir haben ja hier schon eine Kiste äh die ein bisschen full ist können wir ja was können wir jetzt eigentlich mit dem das machen nur das oder was ok ähm die sich langsam erfüllt ok ähm überlegen überlegen ähm mehrere Möglichkeiten ähm mehrere Möglichkeiten nach Rom ähm wir gucken noch mal ganz kurz in den Dust rein da kommt wirklich nichts geiles raus ne Sand kommt hier was geiles raus lohnt es sich da ähm Gold bla 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 ok wir müssen auf jeden Fall Sand da rein knüppeln und zwar ein bisschen mehr Sand ähm wir brauchen Gold um die Goldplatte dahinten fertig zu machen dass wir das Zeug so achso ja ganz genau das können wir auch mal ganz kurz gucken ob sich das überhaupt lohnt oder ob sich das lohnt vielleicht auch in den Quascher rein zu schmeißen ähm wir kriegen ja die Dinger die so das bringt eins das wissen wir schon das bringt 1,3 ok ähm das bringt 1,3 das bringt ein XP Nugget und ein Quascher ok lohnt sich der XP Nugget für irgendwas ok 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 ne eigentlich nicht gut dann dann würde ich sagen Sand erstellen und dann äh äh ja Rest ne so die holen wir nochmal raus wir erstellen uns ein bisschen Sand schmeißen das dann hinten in die in die Apparatur und werden und werden ähm erst mal gucken dass wir hier Clash Shift bekommen ähm Clash Shift bedeutet aber auch wir könnten das Ding hier bauen oder die Dinger die sind halt auch schweineteuer ne wir brauchen 21 Stück ähm wir brauchen hiervon wir brauchen davon wir brauchen davon wir brauchen davon okay Redstone und okay Diorit 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 wo kriegen wir Diorit her? ähm alles wird mit ihm gemacht aber er wird viel zu teuer sein mhm okay warte mal was sagt die? warte mal Moment jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken was sagst du? sagt denn das Questbuch? das Questbuch sagt ich soll die Crashing Wheels bauen okay ähm kurz weg soo sorry da hat's an der Tür geklingelt und deswegen kurz weg jetzt wieder da Aufnahme gestoppt Aufnahme wieder beginnt ähm ja Amazon Fahrerin guckt mich an und sagt zu mir manchmal denke ich ihr bestellt Steine so ich darf's euch jetzt noch sagen ja ich hab Steine bestellt ähm nennt sich Katzenfutter also wenn ich keinen Bock auf deinen ach ne komm lass mir das ähm so gut gut alles klar okay dann haben wir das dann schmeißen wir das mal hier oben rein okay wir müssen jetzt gucken wie wir die am besten die meisten Rohstoffe rausbekommen also das schmeißen wir einmal hier rein so 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 okay guter Versuch besserer Versuch ach ne sehr gut ich kann dat ich kann dat so noch einmal okay gut das wird jetzt ein bisschen dauern nehm ich an da nehm ich an das wird ein bisschen dauern oder der arbeitet die jetzt erstmal alle durch alles gut okay ähm also wir werden jetzt die zwei wheels bauen dafür brauchen wir erstmal die da äh wir brauchen also demnach ähm 21 Brass wie kriegen wir denn Brass Copper und Zink finden wir aber hier drin einschmelzen maybe ja ne ah ok ne das machen wir dann wiederum nur eben ihn hier alles klar dafür brauchen wir tatsächlich ihn ok warte mal das bedeutet doch Copper ok ok verwirrt äh verwirrt aber ist ok verwirrt ich hoffe du bringst mir ein bisschen ein bisschen ein bisschen Gold ja wo bringt er sehr gut ähm ja was machen wir denn jetzt ich weiß nicht ob Gold sich mit irgendwas verbindet was da drin ist deswegen testen wir es mal so einen von beiden wir kriegen jetzt gleich einen anderen Rohstoff raus oder wir kriegen Gold raus ähm wir brauchen einen Inget und irgendwas wir haben gar kein Inget mehr ah doch da ah ok er macht aha ja gut da müssen wir es einmal anders machen dann müssen wir leider anders machen den müssen wir einmal abreißen so dann kommst du da nochmal rein so wir reparieren mal ganz kurz unsere Stone Dingen da und das kommt da rein dann schütten wir das einmal rum klup dass er weg ist ist mir egal aber wir haben jetzt auf jeden Fall eine Plattform die erstmal bestehen bleibt so somit haben wir das Gold hoppala und wir hätten die Vorlage muss ich mal ganz kurz suchen ähm ich bin mir jetzt nicht sicher ob wir es gebaut haben ich nehme an nein und zwar hätte ich gerne das Gegenstück und zwar den Trichter ihn einmal weg ihn einmal hin weil ich habe eben gesehen wir brauchen für ne den da nicht geh mal weg ähm den da nicht sondern den da ähm wir brauchen dafür vier ihn jetzt vier das würde bedeuten ich packe die mal da rein und dürfte doch vier bekommen oder ja muss ja muss ja genau so das würde ich nämlich jetzt da rein kippen Entschuldigung uioioioioioioioioj ja jetzt miaut sogar die Katzen so und wenn ich das hab ja ist doch gut ja ist gut ähm brauchen wir ihn noch ein Glas und komplett rum uhmm können wir die denn jetzt eigentlich herstellen da drin Molten Clay mit einem Stone Button. Okay. Hä? Ja, nee. Uh, okay. Dann kriegen wir da zwei raus. Okay, das ist doch schon mal eine Aussage. Gut, das hat nicht gereicht. Aber aber wir brauchen noch einmal Clay, äh, Gravel. Und dann können wir noch mal ein bisschen Clay herstellen. Upp. Und, äh, ja. Immer noch nicht. Okay. Habe ich jetzt irgendwas Falsches gesehen? Ach so, auf dem Stein. Oh, ich bin doof. Ja, ich bin doof. Ähm, ja, ja. Ich bin doof. Alles gut, ich bin doof. Eins, zwei. Ähm. Dam, dam, dalam. Ich bin doof. Ich bin doof. So hätte ich das nämlich können sein musst. So, dann kommt der nämlich da rein. Die drei kippen wir jetzt da drüber. So. Und das wäre dann der richtige Move gewesen. Aber ja. Ähm, gibt es hier Tiny? Jo, gibt es. Ähm, dann nehmen wir nämlich da jetzt die Tiny Cola rein. Äh, das nicht. Okay, dann haben wir nämlich jetzt den Ofen. Ähm, so. Da wir jetzt den Ofen haben, machen wir Granulat rein. Und dann rein damit. Damn. Perfekt. Äh, ich bin wieder doof, merke ich gerade. Na, heute bin ich sehr doof. Ähm, der und der müssen da nämlich eigentlich hin. Aber vielleicht sind wir doch gar nicht so doof. Vielleicht können wir den jetzt zu einem... Nee, können wir natürlich nicht. Na, prima. Aber passt. Ähm, wir kriegen das trotzdem alles weg. Also weg kriegen wir immer alles. Also das ist nicht das Problem, ne? Äh, äh... Also ihn hatten wir jetzt fertig. Was wollte er denn jetzt noch? Ähm, ach so, die hier. Ähm, den da. Der braucht acht Stück. Alles klar. Acht Stück. Das da. Und ein Glas. Haben wir noch ein Glas? Nee, ne? Ich glaube nein. Und wir haben auch keinen, doch wir haben Sand. Ähm. So. Nehmen wir die Tiny-Two-Kohle oder Mini-Kohle, wie auch immer. So, acht Stück brauchen wir. Wir haben fünf. Sechs. Sieben. Und nochmal acht. Kann ich den eigentlich wieder einschmelzen? Ja, tatsächlich. Okay, gut zu wissen. Okay. Könnten wir also nochmal was mitmachen. Äh, könnten wir also nochmal was mitmachen. Okay, und wir haben den Behälter. Das bedeutet, wir haben jetzt eigentlich die komplette Quest und wir könnten, wir könnten, wir könnten, wir könnten, wir könnten, wir könnten. Ach nee, das Ding fehlt noch, ach guck mal, ach, guck mal, ach, war es ja doch nicht so schlecht, dass ich das Ding gebaut habe. Äh, so. Und wir haben die Dwayne. Und wir haben die Dwayne. So, dann haben wir die Quest fertig. Wir kriegen sogar ein Buch dafür. Was steht denn hier Interessantes? Ja, 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 okay, also es ist tatsächlich so das alte Tinkers. Geil. Geil. Das bedeutet eigentlich, wir könnten hiermit und jetzt ein paar Steine machen und dann gib ihm, ne? Dann gib ihm. Geil. Das ist ein schönes Geschenk. Das ist ein schönes Geschenk. Der, äh, da. Ein bisschen Glück muss man ja auch mal haben, ne? Ein bisschen. So, das wäre dann Nummer eins. Dann würde ich machen, äh, hier kommt unser neuer Ofen hin. So. Wir bundeln hier schon mal ein bisschen rum. Bis der da schädig ist mit allem. So. Schlack. Okay. Dann schmelzen wir mal weiter ein. Ähm, aber ich sage, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und genau hier machen wir in der nächsten Folge. Ah ja, bis dahin. Tschüss.